Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Lieber Patrick, vielen Dank. Bist du ready? Freut mich schon auf unser Thema heute. Definitiv. Wir haben uns heute das Thema Flag Day rausgepiekt. Seit 2004 wird ja in den Vereinigten Arabischen Emiraten das Thema Flag Day extrem groß geschrieben. Das heißt auf Deutsch, jeder zeigt und hisst die Flagge. Du siehst hier in Dubai, das kann man ja nicht übersehen, überall die VAE-Flagge. An jedem Gebäude, an Straßen, auf Stränden. Es wird und wird und wird zelebriert. Diesen Flag Day gibt es in den VAE seit 2004. Zufällig, als ich das erste Mal nach Dubai kam, wurde aber wegen dem nicht eingeführt, sondern der Präsident bzw. der Ruler auf Dubai, der Sheikh Al Maktoum, hat das damals eingeführt, weil eben der Präsident Khalifa damals, wegen ihm wurde dieses eingeführt, 2004. Und seit 2004 wird das eben jedes Jahr zelebriert. Am 3. November. Und geht ungefähr bis zum 2. Dezember, diesen Monat. Weil am 2. Dezember ist die Unabhängigkeit damals gestartet. Am 2. Dezember 1971 wurden die Vereinigten Arabischen Emirate gegründet. Das heißt, der Flag Day startet am 3. November. Da wird alles gehisst und gefeiert. Dazu gerade der Ruler auf Dubai in seinem Twitter-Account, offiziell aufgerufen und gesagt, Liebe, liebes Volk, liebe Firmen, hisst die Flagge und lasst uns feiern. Okay. Wann hat das letzte Mal ein Politiker oder eine Führungskraft in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, wann hat jemand dazu aufgerufen, die Flagge zu hissen, zu zeigen? Kannst du dich erinnern? Also aus meiner Schulzeit kann ich mich natürlich an den Tag der Deutschen Einheit erinnern. Das war damals natürlich ein riesiges Ereignis. Dann, glaube ich, ist Deutschland ja sehr fußballaffin. Das heißt, in den letzten Jahren gab es da zwar nicht so viel zu feiern, aber erinnern wir uns zwar mal an 1990, 2014, Thema Weltmeisterschaft. Ich glaube, da ist es auch in Verbindung mit dem Fußball immer ein großes Thema. Da war es erlaubt. Da war es erlaubt, ja. Da durfte man auch auf die Straßen gehen. Aber ich glaube, insbesondere so ab 2016, 17, 18 wurde das ja immer mehr verpönt. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, da, ich glaube, da war sogar die Wiederwahl von Frau Merkel, vielleicht können wir das mal einblenden, die da bei irgendeinem Anlass gefeiert wurde auf der Bühne und man hat neben ihr die Deutschlandfahne so ein bisschen hin und her geschwenkt und sie hat diese Deutschlandfahne dieser Person aus der Hand genommen und hat irgendwie ganz verpönt mit dem Kopf geschüttelt. Nochmal auf der Bühne. Ich glaube, es waren Parteimitglieder, die um sie drum herum standen mit der Deutschlandfahne. Und die haben dann mit der Deutschlandflagge hin und her und dann... Ja, blenden wir das mal ein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Was für ein Problem hat denn eigentlich Deutschland mit der Flagge? Warum darf man oder sollte man in Deutschland nicht die Flagge zeigen? Ich bin jetzt schon jahrelang hier in Dubai, in den VAE und ich feiere das, wenn die diese Flagge zeigen. Das ist ja Nationalstolz, das ist schön. Absolut. Burj Khalifa leuchtet in den Flaggen. Emirates Jalan hat diese Flagge hinten drauf. Überall siehst du hier die Flagge. Und ich als nicht mal Emirati, wenn ich die Flagge sehe, wenn ich die Leute zelebrieren sehe und wie ich sehe, dass die glücklich sind, ich finde das geil. Also selbst mein Sohn, der ist neun Jahre alt, hat jetzt zum ersten Mal auch zu mir gesagt, Papa, ich möchte auch eine Flagge, ich möchte die auch zu Hause aufhängen, weil er das halt überall sieht. Und auch gefragt hat, warum hängen die überall die Fahnen dahin. Ich weiß nicht, was für ein Problem Deutschland damit hat. Es ist irgendwie auch wieder, ich glaube, eher so eine politische Thematik, wenngleich ich natürlich auch mitkriege. Es gibt ja einige Pressemeldungen, wo du in Deutschland, wenn du da mal eine Zeit lang deine Deutschlandflagge auf dem Balkon hängelst und einen falschen Nachbar hast, dann kann es schon mal passieren, dass es klingelt und die Polizei dich dazu auffordert, diese Flagge wieder reinzuholen. Sind sie AfD-Wähler oder sind sie rechtsextrem? Ja, also das ist ja eigentlich im Prinzip, ist das ja absolut lächerlich. Und was du gerade erwähnst mit dem Flag Day, das gibt es ja nicht nur in den Emiraten. Das gibt es ja in vielen Ländern mit einem gewissen Nationalstolz. Erinnern wir uns an die Amerikaner mit ihrem 4. Juli, wo auch letztendlich überall die amerikanische Flagge hängt. Ja, ich feiere das. Ja, es ist schwer für mich zu greifen, woran es liegt, aber in Deutschland gibt es einfach andere Regeln, andere Gebräuche, die sich einfach so eingetrichtert haben, ist für mich in keinster Weise nachvollziehbar. Ja, aber für mich ist das, wenn ich die Flagge nicht zeigen soll, darf und der Nachbar denunziert und mich dann irgendwie bei der Polizei meldet, muss ich denn so sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein? Oder kann ich einfach die Flagge zeigen? Also ich als Österreicher, der in Dubai lebt jetzt seit Jahren, ich dekoriere sogar mein Auto. Ich habe links und rechts auf den Spiegeln so eine Emirate-Flagge mit so einem Gummi dran, das hält gut. Ich mag es. Ich feiere mit denen mit. Ich habe mich hier integriert. Und wenn die Flagge zeigen, dann feiere ich mit denen mit und zeige Flagge. Was ist da so ein Problem? Ich glaube, um mich daran zu erinnern, dass eines der Themen in der Presse immer wieder auftaucht, oder auch, das ist ja ein politisches Thema, dass wir mittlerweile in Deutschland so viele Einwanderer haben. Und aus unterschiedlichen Ländern und Nationen. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass es irgendwann mal eine Diskussion gab, ob das nicht gegenüber den Einwanderern auf eine gewisse Art und Weise zu viel Dominanz ausstrahlt, dieses eigene Land mit der eigenen Flagge zu zeigen, wenn wir viele... Ja, aber die Auswanderer wissen, warum sie weg sind. Aber die Einwanderer wissen ja, wo sie hingekommen sind. Die kennen ja auch die Flagge von Deutschland. Erstens das, und wenn du dir mal anschaust, viele Türken, Italiener, keine Ahnung, Spanier und so weiter, da gibt es ja auch viele, die in Deutschland ihre eigene Landesflagge auf dem Auto haben oder auf dem Balkon hängen haben und so weiter. Da sagt ja auch keiner was. Es geht ja aber auf der anderen Seite mittlerweile schon so weit, dass nicht nur Deutschland selber seine eigene Flagge nur ungern zeigt, sondern du darfst ja mittlerweile auch bei auserwählten Ländern nicht mehr derjenige, der dann in Deutschland beispielsweise lebt, die Flagge zeigen. Also versuch mal gerade in der Situation die russische Flagge zu zeigen. Oder jetzt aufgrund des aktuellen Nahostkonflikts gibt es Videos, wo Demonstranten auf der Straße von der Polizei angehalten werden und aufgefordert werden, die palästinensische Flagge einzupacken. Ansonsten würde man ihnen diese abnehmen. Also das läuft da. Aus meiner Sicht, soweit ich informiert bin, rechtlich überhaupt gar nicht zulässig. Dass man die Flagge einem wegnimmt, ja. Eine Nationalflagge, eine offizielle Flagge eines Landes. Wo ist da die Rechtsgrundlage? Warum kann der Italiener bei seinem Restaurant 30 Flaggen draußen hängen haben am Garten, aber der Deutsche, wo du Schnitzel kriegst und vielleicht deinen Wildragu und deine Knödel, der kann nicht die deutsche Flagge aufhängen. Das interessiert mich. Und schlimmer noch, du hast es gerade richtig gesagt, es ist ja nicht nur so, dass man es nicht macht, ja, sondern wenn du es machst, wirst du ja oftmals sofort in die rechte Ecke oder als Nazi und so weiter abgestempelt, was ja absolut absurd ist. Finde ich krass. Anders gefragt natürlich jetzt an dich, du bist ja Österreicher, wie viel Nationalstolz trägst du als Österreicher mit dir? Inwiefern hat diese österreichische Staatsbürgerschaft in deinem Leben hier in Dubai auf eine gewisse Art und Weise noch einen Impact? Fühlst du dich damit noch verbunden? Gar keinen. Bist du… Gar keinen. Okay. Machen wir es kurz, gar keinen. Gar keinen. Das erste und letzte Mal, als ich vor der österreichischen Flagge stand, war in meiner Bundeswehr. Okay. Salutieren, die Flagge wurde nach oben hießt, that's it. Danach und davor, ich habe nie die österreichische Flagge gezeigt. Weder noch in der Schule, nirgends hatte ich die österreichische Flagge. Weder noch gesehen, noch gezeigt. Also nur Bundeswehrzeit. Im Gegensatz zu hier in den Emiraten, wo ich mich ja natürlich null verbunden fühle und brauche ich auch nicht, weil ich fliege auch mit Emirates Airline von Wien nach Dubai und nicht mit Austrian Airline, weil Austrian Airline, kann man das sagen, gehört ja nicht mehr Österreich. Ah, okay. Er gehört zur Lufthansa Group. Okay. Genauso wie die Swiss Airline. Liebe Grüße an alle Schweizer. Ich bevorzuge das Transportmittel der Vereinigten Arabischen Emirate, sprich Dubai, dann Emirates Airline und fliege nach Dubai. Oder fliege von Dubai nach Wien. Alleine wenn ich den 380er, zum Beispiel in München, wenn ich von München wegfliege oder von Wien, ich sehe den 380er am Gate, aber ich fühle mich schon zu Hause, weil es nach Hause geht. Und ich habe auch oft, als ich damals ausgewandert bin nach Dubai, die Frage gestellt bekommen, so, was ist für dich Heimat, Silly? Das ist eine gute Frage. Ey, da, wo ich mich wohlfühle. Ich fühle mich doch da zu Hause, wo ich mich wirklich auch wohlfühle. Und ich bin ja nicht ohne Grund damals von Österreich weg. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe ja auch Wurzeln, ja, nicht nur aus Österreich, sondern immer aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich war ja im Sales unterwegs und natürlich hat man eine Business Card immer dabei. Und wenn ich dann bei Terminen war und wir haben alles eingetütet und der Deal ist zustande gekommen und Handshake. Und dann so, lass uns nochmal Business Karten austauschen. Und dann nimmt immer die Person gegenüber meine Karte und so, oh, die sind aber nicht Österreicher, oder? Was hat das jetzt zu tun mit dem? Also ich wollte oft in meinem Berufsleben diesen Business Karten Austausch vermeiden. Flagge habe ich nie gezeigt. Würde jetzt auch jetzt nicht auf die Idee kommen, mit der österreichischen Flagge hier in Dubai rumzuwedeln. Aber eben die Dubai Flagge oder die Emirate Flagge, die finde ich cool. Ich finde das genial, dass dieses Volk hier stolz ist auf das, was sie geschafft haben. Und ich glaube, das verbindet auch diesen Flag Day mit dem National Day, 3. November Flag Day, 2. Dezember National Day, dass die Leute auf etwas stolz sind. Jedes Kind auf diesem Planeten kennt Dubai, kennt die Flagge. Und das finde ich geil. Und das hat auch viel mit Marketing und Verkaufen zu tun. Diese Stadt hier verkauft sich genau durch diese Sachen, die sie symbolisieren. und nach außen hin tragen. Ich finde das genial. Ich finde das richtig cool. Wie sehr ist bei dir dieser Nationalstolz, diese deutsche Flagge verankert? Du hast ja Wurzeln aus Deutschland und? Puerto Rico. Mein Großvater ist aus Puerto Rico. Und habe ihn aber nie persönlich kennengelernt. Habe aber noch Verwandte auch in Amerika. Aber bin eben klassisch in Deutschland aufgewachsen, in Deutschland Kindergarten, Schule gegangen. Ich war einige Jahre bei der Militärpolizei. War dann bei der NATO und so weiter. Also auch für Deutschland gedient, im wahrsten Sinne des Wortes. War dann im Angestelltenverhältnis eine kurze Zeit. Habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht. und habe dann natürlich auch entsprechend sämtliche klassisch deutschen Verpflichtungen, inklusive Steuer und Co. genau so abgelegt, wie man das halt eben nun mal so macht. Irgendwann kam aber der Punkt, bei dem ich mich einfach mit bestimmten Dingen nicht mehr identifizieren konnte. Und das Thema war schon lange in mir drin, dass ich einfach die Umstände, die Lebensumstände und die Qualität, die du in Deutschland hast, war einfach nicht mehr so, wie ich mir das hätte vorstellen können. Und ich kann mich an eine Szene erinnern. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich war damals zu Hause, war mit dem Kleinen im Garten am Spielen und unser Hund war dabei und so. Und auf einmal steht jemand vorne am Tor und wollte mich brechen. Und dann bin ich dahin. Dann war das jemand vom Ordnungsamt. Und die Person wollte wissen, ob der Hund, der gerade neben mir war, ob der denn angemeldet ist bei der Stadt. Und dann hat er das überprüft. Und das war zwar alles okay, aber ich fragte ihn dann und sagte, wir haben jetzt Samstag, Sie sind hier in einer abgelegenen Straße. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie gerade von Tür zu Tür gehen, um zu schauen, ob der Hund, der dort vielleicht vorhanden ist, ob der angemeldet ist. Und er sagte, ja, das ist mein Job. Und ich fand das so absurd, ja, ich fand das so absurd, dass es so etwas überhaupt gibt. Ja, dass man Mitarbeiter an einer stadtlichen Behörde losschickt, um von Tür zu Tür zu klingeln, um eine Hundesteuer von, ich habe keine Ahnung, 200 Euro im Jahr oder was auch immer, da einzutreiben. Und generell, das Thema Steuern überhaupt in Deutschland, wie das ganze Konstrukt aufgebaut ist, kein Return on Investment, kaputte Straßen, marodes Schulsystem. Im Moment, du hast dir das Schulsystem genießen dürfen. Genau. Sagen auch viele, die nicht Steuern zahlen wollen würden, nicht wissen, wie sie da rauskommen, aber die, die es geschafft haben, dann sagen so, guck dir das an, lebt jetzt in Dubai. Ganz genau. Hat die Vorteile genießen können und jetzt ist er weg. Ganz genau. Das höre ich immer wieder auch. Ich bin auf LinkedIn sehr aktiv. Und da ging es letztens auch um das Thema Auswahl. Und da hat auch einer drunter geschrieben, ein erfolgreicher Unternehmer hilft dabei, das Land wieder aufzubauen und haut nicht einfach nur ab nach Dubai. Moment, ist das zerstört? In seinen Augen vielleicht politisch betrachtet. Und hier habe ich eine ganz klare Meinung. Ich habe meine Schulden in Anführungszeichen gegenüber dem deutschen Staat beglichen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe die Schule gemacht, ich habe immer Steuern bezahlt, ich habe ein Unternehmen gegründet, ich habe Arbeitsplätze geschaffen. All diese ganzen Dinge habe ich eins zu eins exakt genau so gemacht, wie man es halt einfach nun mal in Deutschland macht. Aber ich hatte irgendwann die Möglichkeit und die Freiheit zu entscheiden, ob ich das so weitermachen möchte. Und vielleicht kennst du die Situation. Mir fällt eine Sache immer wieder auf. Die Menschen, die Auswanderer verurteilen, sind oftmals selbst gar nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen. Sie sind nicht in der Lage zu sagen, ich packe meine Sachen und gehe einfach in ein anderes Land. Ob das jetzt Dubai ist, ob das Amerika ist, völlig egal. Aber diejenigen, die die meiste Kritik aussprechen, dass man selbstbestimmt ein Leben führt und selbst entscheidet, wo will ich arbeiten, mit wem will ich arbeiten und so weiter, sind selber nie in der Lage, diese Entscheidung zu treffen, weil sie viel zu viele Fußfesseln haben. Erstens das, zweitens leben vielleicht noch bei Mama. Und drittens haben mit der Bank ein Riesenproblem, weil da extrem große Schulden am Konto drauf sind. Du kannst dir ja in Deutschland, Österreich extrem viel auf Pump kaufen. Ratenzahlung, das wird dir hier in Dubai nicht ermöglicht. Also solche Leute können gar nicht auswandern und sollten auch nicht auswandern, weil das, was sie in Deutschland, Österreich in Genuss kommen, kriegen sie hier gar nicht. Und deshalb ist es auch gut so, dass es auch Leute gibt, die nicht auswandern und nie auswandern werden, wenn ein Schiff sinkt. Absolut, absolut. Dann gucke ich doch, dass ich einen Platz habe im Rettungsboot. Ja. So. Es bringt dir nichts, wenn du wie auf der Titanic bis zum Schluss noch mit der Violiner spielst und erfrierst. Ja. Übrigens ein geiler Film. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, und das ist meine persönliche Message jetzt gerne auch hier an die Community, Ich finde, wir leben in einer Zeit, in der es unabdingbar ist, egoistisch zu sein. Du musst egoistisch sein. Ich bin egoistisch gegenüber mir selber und meiner Familie, weil am Ende des Tages, wenn ich den Strich ziehe, geht es nur darum. Klassisches Beispiel, Flugzeug, Druckabfall, Maske fällt runter, was sollst du tun? Als erstes an dich denken und dann an deinen Nachbar. Und diese Entscheidung haben wir damals einfach getroffen. Ich war an dem Punkt, ich hatte die Möglichkeit auszuwandern. Ich hatte die Möglichkeit, hierher zu kommen. Ja, ich habe noch Familie in Deutschland. Meine Eltern leben dort. Mein Cousin mit seiner Familie. Den einen oder anderen Freund. Natürlich war das ein großer Schritt. Aber unterm Strich stehe ich dazu, dass ich hier mit meiner Familie, mit meiner Frau gemeinsam eine egoistisch bewusste Entscheidung getroffen habe. Um zu sagen, ich kann mein Leben, meine Zukunft doch nicht von politischen Typen abhängig machen. Wie du gerade gesagt hast, das Schiff geht unter und springst du jetzt oder springst du nicht? Vor allem, wenn man schon darüber spricht, dass das Schiff untergeht. Also viele sind, um das festzuhalten, mit der Politik in Deutschland, Österreich und so weiter nicht zufrieden. Die Franzosen zeigen es ja eh am besten, dass sie nicht zufrieden sind. Die gehen ja gleich mal auf die Straße mit den Westen. Aber ich kenne niemanden aus meinem alten Umkreis, der mit der Politik zufrieden ist. Das heißt, die Leute sprechen ja schon aus, dass das Schiff sinkt. Genau. Und trotzdem verlassen sie es nicht mit einem Rettungsboot, sondern sie warten, bis alles untergegangen ist und dann sich eine Tür zu suchen, wo sie dann drauf springen. Und natürlich muss man auch so sagen, du hast es richtig ausgedrückt, die meisten können sie auch nicht. Einer der Gründe ist, weil viele das System, in dem sie leben, ja nicht verstehen. Das System zeigt sich für mich wie folgt. Du gehst in die Schule, in der Schule wird dir beigebracht, wie du Angestellter bist. Du wirst Angestellter, die meisten zumindest, tauschst Zeit gegen Geld. Jetzt möchtest du natürlich auch ein bisschen leben. Kaufst die erste Immobilie, weil der Banker dir sagt, boah, ein Eigenheim ist eine super Sache. Du verschuldest dich auf 30 Jahre, kaufst ein Haus irgendwo in der Pampa. Sämtliche Investments, die du in dieses Objekt einsteckst, kannst du steuerlich nicht absetzen, weil es ist ein Privatbesitz. Dann heiratest du, du hast Kinder, das ist ja so ein Kreislauf. Und auf einmal kannst du gar nicht mehr dich frei bewegen, weil du hast Verantwortung gegeben über deine Familie. Du hast 300.000 Euro Schulden durch die Immobilie. Du hast einen Arbeitgeber, wo du vielleicht eine gewisse, wie soll ich sagen, Loyalität auch hast. Du hast ein Einkommen, das begrenzt ist. Das ist ja auch so ein Thema. Du hast vielleicht 2.500 netto als Beispiel. Das heißt, deine Möglichkeiten sind ja finanziell schon begrenzt. Jetzt hat dich die Bank noch an der Backe, das Sozialsystem, das Steuersystem und die Politiker auch noch. Was willst du da machen? Du bist ja überhaupt gar nicht mehr handlungsfähig. Gar nichts. Auch der Irrglaube, ich könnte ja jederzeit auswandern, wenn ich will. Das ist ja auch in den Köpfen verankert. Wir haben so viele Gespräche, Beratungsgespräche, wo die Leute glauben, sie können weg. Ein halbes Jahr später frage ich sie zum dritten Mal, wie sieht es aus mit dem Auswandern? Ich komme nicht weg. Ich habe das, ich habe das. Finanzamt, aus, dien, da, da, da. Die Leute haben ja auch diesen Mythos im Kopf, ich könnte ja mein Haus sofort verkaufen und auswandern. Nee, kommt auf den Markt drauf an, ist der gerade oben oder unten. Ich kenne das von meiner Tante, die leider mittlerweile verstorben ist, als sie ihr zweites Haus verkaufen wollte. Das hat über ein Jahr gedauert. Sie haben auch schon aufgegeben gehabt, bis dann der richtige Makler ums Eck kam und dann wirklich einen Kunden dabei hatte, einen Interessenten, der zahlungskräftig war. Ja, weil verkaufe mal ein Haus 300.000, 500.000 Euro, mal so. Nee, da muss erst mal die Bank von dem Interessenten auch funktionieren unter Treuhend. Es ist nicht einfach auszuwandern, definitiv. Und deshalb ist das auch eine Entscheidung, die man wirklich überlegen sollte, gerade wenn man unzufrieden ist, wenn man ein bisschen stolz ist auf sein Land, aber kein Return on Investment kriegt, weil eigentlich haben wir alle eine Ausbildung genießen dürfen. Wir sind zur Schule gegangen etc. Aber wir haben doch dann mindestens 15, 20 Jahre wieder in diese Kasse eingezahlt. Also so ist es bei mir. 20 Jahre habe ich gearbeitet in Österreich und ich kriege ja jetzt schon eine Pension. Ich sehe ja das, was ich als Pension schon kriege, sollte ich meine 65 Jahre irgendwann mal erreichen. Also ich weiß ungefähr, was auf mich wartet, wenn A, zu alt werde und B, wenn überhaupt der Staat Österreich noch das Geld hat. Das ist ein sehr gutes Argument, das kommt ja noch dazu. Ich glaube, damit werden wir jetzt diesen Podcast abschließen. Ja. Also in Deutschland ist es so, das kann ich der Community ja sagen, viele kennen mich ja aus meinem Investment-Podcast und deswegen ist das ja genauso mein Thema. Man kann das relativ einfach hochrechnen. Man weiß in Deutschland, wie die Einnahmen sind, wie die Rentenkasse ausschaut, wie der sogenannte Generationsvertrag nicht mehr funktioniert. Das ist ja alles eine Frage der Statistik, die ja relativ eindeutig ist. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass du irgendwann in Deutschland eine Einheitsrente bekommst. Das wird also keine Rolle mehr spielen, ob du jetzt, keine Ahnung, 30.000, 50.000 oder wie viel auch immer pro Jahr verdienst. Es wird irgendwann eine Einheitsrente geben und diese wird irgendwann über Hartz-IV-Niveau liegen. Da gibt es Studien und Untersuchungen, Wissenschaftler, die das exakt genau auf den Tisch legen können. Also wir reden jetzt mal, sagen wir mal, über 500, 600 Euro ungefähr in diesem Dreh. Und dafür hast du halt eben, bist du dann im 67., 70., 72. Lebensjahr gearbeitet, theoretisch, wo jeder sich die Frage stellen sollte, wie willst du mit 72 und monatlich 600, 700, 800 Euro Rente überhaupt überleben? Schau dir jetzt schon die Rentner an. Wir haben unfassbar viele Rentner. Ich glaube, jeder Zweite in Deutschland generiert weniger als 1.000 Euro Rente pro Monat. Jetzt schon. Je nachdem, wie alt du bist. Wenn du das hier siehst, kannst du das mal hochrechnen, was wir dich erwarten. Das heißt, um letztendlich zum Ende zu kommen, mein Tipp und ich glaube, bei dir ist es genauso, zwei Dinge. Versuche dein Leben so möglichst unabhängig zu machen, wie es nur geht, um dann die Freiheit zu haben, genauso leben zu wollen, wie du dir das wünschst. Und die deutsche Regierung und die österreichische Regierung haben keinerlei Interesse daran, dass du weißt, wie das geht. Die aktuelle Regierung und die davor und die danach. Ich glaube auch, ich kenne keinen Politiker, der an der Macht sitzt, weil er das Volk liebt. Nein. Aber ich kenne einen Herrscher, der das genau macht. Das ist der Herrscher von Dubai. Der aufruft per Twitter, Ex, die Flagge zu hissen, zu zeigen, zu feiern. Der ruft Firmen auf, der ruft das Volk auf. Leute, geht und feiert. Ja. So, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir heute hier sind. Und aus Dubai auch unseren Podcast immer aufnehmen. In diesem Sinne, lieber Patrick, vielen Dank für diese Folge. Lieben Dank den Zuhörern und Zuschauern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.